Über viele Jahrhunderte war Ehrenberg wohl eine der wichtigsten Grenzanlagen Europas. Dies begann schon zur Zeit der Römer und endete erst Ende des 18. Jahrhunderts. Diese bewegten Zeiten hautnah erfahrbar zu machen, ist das erklärte Ziel des größten historischen Events seiner Art in Österreich. Und so findet jedes Jahr am letzten Wochenende im Juli dieses Riesenspektakulum statt. Willkommene Abwechslung im höfischen Alltag waren die Turniere. Hier konnten die Ritter ihre Kräfte messen und der angebeteten Dame mit ihrem Kampfesmut und ihrer Geschicklichkeit imponieren. Die Turniere liefen nach festen Regeln ab, um möglichst jeden Teilnehmer dieselben Chancen einzuräumen und die Verletzungsgefahr so niedrig wie möglich zu halten. Für die Kinder ist dieses Event ein besonderes Ereignis. An verschiedenen Stellen des über einen Kilometer langen Festgeländes sind mittelalterliche Kinderspiele aufgebaut. Ein echtes Highlight der Veranstaltung ist die große Feldschlacht um Ehrenberg. Zwei Heere treten gegeneinander an, wobei die Schlacht mit einer gewaltigen Kanonade eröffnet wird. So, jetzt wurde aber genug gekämpft. Und es ist Zeit, den historischen Markt am Abend zu genießen. Nicht nur kämpfen macht hungrig, sondern zuschauen beim Kämpfen auch. Und so haben die Feranden die herrlichsten Gaumenfreuden im Angebot. Wenn es Nacht wird, sorgen die vielen Feuer, Kerzen und Öllichter für eine ganz besondere Stimmung. Und so haben die Verletzungen im Angebot. Und so haben die Verletzungen im Angebot. Und so haben die Verletzungen im Angebot. Vielen Dank.